Die KI-Kredite vergeben oder Geld anlegen? Was bietet uns der moderne Werkzeugkasten und welche Tools brauchen wir noch? KI treibt uns an, auch auf diesen Tegernseer Fachtagen. Top-Speaker blicken nach vorne, liefern Lösungen und sortieren Weltlage und Märkte. KI-Experten berichten aus ihren Labors und liefern Fallbeispiele und wir zapfen das Know-How eines Kult-Wissenschaftsjournalisten an. Kommen Sie mit an Bord am Tegernsee. Nie war die TEFA so wertvoll wie heute. Kommen Sie mit an Bord am Tegernsee. Kommen Sie mit an Bord am Tegernsee. Vielen Dank.